Musik Cleo hat mich eben ganz traurig angeguckt, bevor wir spielen. Nur Frauchen hat keine Zeit zum Spielen. Das tut mir denn immer so leid, wenn sie mit ihrem Spielzeug hinter mir her lohnen. So, hier ist glaube ich noch eine Höhle, ne? Hier waren wir glaube ich noch nicht drin. Das Medaillon reviert. Das muss ein Ort der Nacht sein. Ja, da waren wir schon drin. Die Rettmärkte sind aber auch nicht die Orte, wo wir drin waren. Oh Mann. Also, wie gesagt, Dettel, ich hatte mir jetzt die zwei Links, die du mir geschickt hast, das hatte ich mir angeguckt. Ja. Ganz so meins war das jetzt nicht. War cool, aber jetzt nicht ganz so. Meins. Okay. Gut, da kommen wir noch nicht rein. Da kommen wir dann wahrscheinlich erst später weiter. Du solltest das auch mal ne, vergiss es. Ich lasse mich zu vielen Dingen breitschlagen, aber nein. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Es sei denn du willst, dass ich mir sämtliche Glieder und Körperteile breche und Knochen. Dann vielleicht ja. Und mich dann noch komplett zum Affen mache. Das ist tatsächlich eins dieser Spiele, die ich mir niemals holen würde. Niemals. Auch was mich überhaupt nicht interessiert. Und wirklich Toy. Und das wieares Euro oder Insys. Was ich hier verwandelt. Also das ist so, was ich so else verabredet. Jetzt glaube ich, dass ich vermag so auf beim Auf tom das habe einenumo- und Livest Plaid c'ets die Switch gibt, glaube ich. Die ist Ringfit, glaube ich. Das würde ich machen. Die Sportübung. Das würde ich machen. Aber dafür bräuchte ich erstmal eine Switch. Oh, und das Spiel. Oder, ja gut, Wii Sports habe ich. Das habe ich. Damit kann ich dienen. Ringfit Adventures, genau. Das würde ich machen. Das würde ich machen. Da hätte ich auch Bock drauf. Aber dazu müsste man das erstmal haben. Mal gucken. Falls ich dieses Jahr in keine PS5 rankomme, dann würde es die Switch. Ende des Jahres. Not kann ich mir auch noch gedulden. Du scheiß Wildschwein, du kommst auf den Tisch. Du wirst ja festbraten zu Weihnachten. Ich gehöre auch zu den Leuten, wenn es heißt, oh, lass uns mal tanzen gehen. Also in die Disco. Ich bin diejenige, die nicht tanzt. Ich sitze am Tisch und trinke. Und unterhalte mich. Ich tanze nicht. Paar-Tanz. Also ne, Pärchen-Tanz. Das würde ich machen. So Walzer oder Disco-Fox. Das, was würde ich machen. Aber, äh, jetzt. Solche tanzen-Moves und hier. Nee. 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 Ist überhaupt nicht meins. Ich habe nichts dagegen, mich lächerlich zu machen, aber... Nein. Nein. Wirklich nicht. Bei mir wäre es dann halt so... Dadurch, dass ich dann wahrscheinlich kaum was hinkriegen würde, wäre meine Frustrationsgrenzen so weit oben, dass ich gar keinen Spaß dran hätte. Und wenn, dann würde ich auch was spielen, was mir Spaß macht und was euch dann ja auch Spaß macht. Ja, wenn ich keinen Spaß habe, habt ihr auch keinen Spaß. Glaub ich. Denk ich mal. Hallo. Alter, ich hasse Flatterer. Ich habe natürlich auch meine Tränke nicht aufgeführt. Wo ist... Wo ist... Nein. Nein. Was ist hier? Mit Kronkh hatte ich Spaß, obwohl er keinen Spaß hatte. Stimmt. Der Bussimulator. Die Videos kenne ich auch noch. Ja gut, der hatte ich auch Spaß. Ich glaube, Kronkh hatte auch mal so einen komischen Postboten-Simulator gespielt damals. Der hatte auch keinen Spaß bei. Aber allein die ganzen Beleidigungen. Die ist wie man... Das war lustig, ja. Wobei... Gut, solche Simulatoren würde ich natürlich auch spielen, aber... Ich bin so ein Profi, wenn man tanzt. Hier in Estoril-Länder wie gesagt, es war pönt. Hier vor 140 Jahren noch was verbreitet. Ich finde das toll. Der Swimming. Der Postboten-Simulatio. Echt? Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das Swimming. Wobei ich mir das auch holen wollte. Aber... Ja. Ich weiß nicht, ob das Spiel wirklich Bock macht. Ich habe... Ich weiß tatsächlich für das Spiel zu wenig darüber. Aber bezüglich des Tanzens... Ich tanze auch für Frisches. Nur er rennt immer gleich schreiend weg. Also... Ich glaube, das kam... Das Tanzen kommt nicht so gut an. Nicht bei jedem Mann. Der hält sich dann immer nur die Augen zu und läuft so weit, wie er nur kann. Deswegen ist er oft tagelang im Wald. Damit er ja nicht nach Hause kommen muss. Das Spiel war eine meines schlechtesten Investitionen. Echt? So schlimm? Also... Ich habe so gespaltene Meinung gehört. Die einen sagen, es ist richtig geil und die anderen sagen, es ist so richtig scheiße. Und da bin ich dann schon wieder so, hm... Hol ich's mir? Hol ich's mir nicht? Hol ich's mir? Hol ich's mir nicht? Jetzt schon so auf den Einkaufswagen. Habt ihr das mal wieder rausgenommen und andere Sachen dafür holt? So. Ja. Weiß nicht. Aber cool sah es aus. So. Okay. Der nächste Weg ist ein bisschen weiter. Dann einmal nach da. Mist, jetzt habe ich nicht nachgeguckt. Wegen dieser Höhle und dem Dorf. Ich würde doch noch die Höhle mit den Trollen finden. Vielleicht hätte ich mich damals einfach nicht in dem Bezug hier Wunder lassen. Dann müsste ich jetzt nicht die ganze Zeit hier rumsuchen. Dann wüsste ich gar nicht, dass es diese Höhle gibt. Ich hab schon wieder vergessen zu vertrecke. Nein. Ist von versteckt. Wir wollen das denn? Halt! Nur du forderst was, der Estaddle. Nur du. Alle anderen denken das gleich wie ich. Bloß nicht, bloß nicht, bloß nicht. Du das einfach nicht. Ich will diese Öle finden. Verdammte. Was? Nein. Aus. Brutus, aus. Sitz. Da holt was. Was? Siehst du, sogar die Tiere fangen schon an zu holen. Die wollen das auch nicht. Was geht denn da ab? Oh, hallo. Da. Na, ruhig die Geweite. Du weißt, die ganze Zeit meiner Antwort nicht. Nein, die Stimme Musik zum Tanzen. Nein. Halt, stopp. Ich will das nicht. Da ist aber, wenn ich das jetzt schon wieder... Warum nehme ich eigentlich nie den einfachen Weg, sondern immer den komplizierten, schwierigen? Ach, hier waren wir schon mal. Das ist das Löffelhaus. Die waren wir schon. Die hatten ja schon die Fest fertig. Verstehe. So, eigentlich verstehe ich nicht, aber... Tu einfach mal so, als wenn ich verstehe. Och, nö. ich habe neblinger immer noch wenn sie nicht gestorben sind dann holen sie auch noch immer der perioda song muss das unbedingt mal umbenennen dann kann man die lieder dann selber noch mal umbenennen wir haben diese aufträge bald geschafft ich glaube das ist so die längste quest reich ich bisher hatte die anstrengendste jetzt über die halbe map ja in der ganzen zeit die eine höhe der gefunden zu dem passt wo ich muss will soll kann möchte schon abgerichtet nein dadl bleib im stream bleib im stream zeigt mir was du zu keine riesen tausend füßler ich hasse euch ihr seid müll abfall abschaum ich weiß wie zurecht so bevor noch mehr von diesen füchern kommen wir brüten die riesen tausend füßler ich sollte das nest zerstören ja katzen ja katzen oder 0 bis folge 3 der erste staffel gekommen ich hoffe sie sitzen richtig meine ährchen vor der stolz setzen sie ihre öhrchen auf muss ich jetzt da hinten können wir noch hin das wird nicht viel mit dem trainieren das wird nicht viel mit dem trainieren Ich kam leider nie in einem Genuss Pokémon zu spielen. Zum einen hat mir ein Gameboy, beziehungsweise auch ein Gameboy Trance gefehlt. Und zum anderen, ja, ich war damals das Interesse daran nicht so groß. Ich glaube, ich habe ein einziges Mal eine Pokémon-Karte besessen. Eine einzige. Ich weiß bis heute nicht, welche es war. Und ich glaube, sie war auch ganz schnell irgendwo in Unendlichkeit meiner Spielsachen verschwunden. Aber Pokémon war auch nie meins. Ich war immer eher der Digimon-Fan. Ich war echt immer Digimon-Fan. Ich kann bis heute noch die Titelmelodie mitsingen. Ich singe. Im Gameboy waren, dass die Spiele schlecht sind. Ja, und ich wollte als Kind sogar ein Gameboy haben. Ach, Mutter sagt nein. Schmeiß dich ins Feuer. Ey! Was denn? Digimon war eher meins. Ja! Ja! Das war mein Traum, denne wird wahr. Da kann ich mir noch auf. Scheiße. Da war's. Da. Kann ich jetzt? Ja. Scheiße. Jesus, das ist ein Traum. 12. Ich muss noch gucken, wie kann ich denn eigentlich meine Rüstung färben? Guck mal, hab ich ja einen Streitkolben. Boah, haben wir nicht auch noch irgendwas für das Pferd bekommen? 60. 60, 110. 110, okay. Ich bin mir so der Master of the Universe Fan. Sagt mir zwar auch noch was, aber... Boah, nur so ganz vage. Ich weiß noch, also von Digimon habe ich damals tatsächlich noch so ein Malbuch gehabt. Weiß gar nicht, was habe ich denn früher noch geguckt? Daktels auf Jumas ganz viel. Gummibärenbände. Manoranium auf dem PC gezogen. Äh, Stümerei. Die ganze Verblühen. Hallo, was soll das denn heißen? Und Hallo Nox, von der Stranger ist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und Ninja Turtles. Das habe ich früher auch ganz viel geguckt. Und Power Rangers. Power Rangers war cool. Aber nur die alten Sachen. Die neueren waren scheiße. Mein absoluter Favorit waren die Turtles. Ah. Turtles. DuckmanDuck. DuckmanDuck war auch cool. Sailor Moon habe ich tatsächlich auch nie so gesehen. Also ich habe zwar so einige Sachen gesehen, aber jetzt... nicht ganz soo extrem. Ich bin ganz soo extrem. Während der Essenszeit meistens. Ähm. Ich benehm sie ja. Äh, ich benehm mich immer. So schlecht. Pfeivel. Pfeivel. Pfeivel der Mauswanderer. Oh. Oh, ich habe es geliebt. Habe ich glaube ich sogar noch auf Videokassette. hatte mein Großvater mir damals aufgenommen. Oder in einem Land vor unserer Zeit. Das habe ich auch so viel geguckt. Simon und Pumba. Ja, das auch. Simon und Pumba, die flog ich zu meiner Zeit halt immer morgens. 10-11 Uhr rum. 10-11 Uhr rum. Oh nä. Ein Filmen und Zina nur wirklich nicht. Ich schlag einfach ins Nichts. ich werde natürlich nur mit Pfeivel zusammen Pfeivel war cool tatsächlich was ich gar nicht so mochte war wenn ihr mit blümchen und das war nie so meins ich glaube vielleicht auch weil es alle geguckt haben ich weiß es nicht genau also damals habe ich noch sehr sehr viel fernsehen geguckt heutzutage balu und seine tollkühne crew das war auch noch cool ja bei mir genauso also wenn er mir blümchen überhaupt nicht baby und china wusste ich damals nicht mehr dass es das gibt also wie gesagt das waren meistens glaube ich so sachen die fast alle geguckt haben genauso wie spongebob habe ich auch nicht geguckt das war für mich einfach verblödung pur oder heidi und biene maja ja die alte biene maja wie gern habe ich das früher gesehen wenn ich mir heute angucken wie biene maja jetzt aussieht der db so gott bin ich froh dass ich noch video kassetten habe davon dass wir das unserer kinder und später mit sein können wie die richtige biene maja aussah ich habe nichts gegen spongebob aber es war für mich echt nicht so vielleicht habe ich auch immer zu falschen folgen reingeguckt weil ich glaube manche waren vielleicht sogar ganz lustig aber immer wenn ich dann da reingestellt habe es kam auch einmal dieses ich bin bereit jederzeit ich bin bereit ich dachte was weiter genau laufen auch weiter im kreis irgendwann irgendwann ist es so weit war furchtbar es war echt furchtbar und dieses handy macht die auch nie dieses eichhörnchen war doch ein eichhörnchen oder ich glaube es war ein eichhörnchen aber auch die hier stimme nicht da hatte ich einfach immer vorhin und das ist echt sehr speziell ja also ich glaube es gab folgen die waren vielleicht gar nicht mal so schlecht den äh den spongebob film damals den allerersten den habe ich gesehen der war okay der spongebob film der war okay oh gott mit south park kann ich überhaupt nichts anfangen south park war so schlechte idee kein humor für genauso wie die simpsons ich mochte früher die simpsons nicht mittlerweile ich liebe die simpsons aber ich verstehe auch mittlerweile den humor dahinter das war damals als sieben achtjährige vielleicht nicht ganz so alt ist klasse wo man das hätte gucken sollen ich würde diese ganzen fragezeichen auch nicht abklappern wenn wir nicht sowieso dumm durch die gegend laufen müssten würde ich mir gar nicht die mühe machen so bietet sich das nun mal an kommen wir überhaupt hoch oder hier kommen wir das wird jetzt nicht das ist schon wieder irgendwas elfisches hier das wird tatsächlich gar nichts das wird tatsächlich gar nichts ja schon wieder monster da wurde die karte gar nicht nein bei skyrim sind das ja diese steine wo man dann diese sternzeichen quasi hat ich glaube die meinste hier sind so fällt ort der macht wo wir halt fähigkeiten punkte kriegen wenn im anderen kriegt man also in skyrim kriegt man dann nur gewisse eigenschaften dazu wie zum beispiel besser schleichen oder man eine fähigkeit gewissen tagesseiten nutzen kann oder so okay also wie gesagt das frage ist auch nicht ganz so meins durch einen passiven weg von den sternzeichen stein genau kurz und bündig erklärt nicht so wie ich drumherum gestottert wenn ich was erklären soll das versteht sowieso kein schwein kommen wir da hoch kommen wir da hoch hier stimmt was ganz und gar nicht ich habe immer noch nicht meine zeige aufgeführt warte mal das würde ich vielleicht echt mal tun ich schrei in den himmel dafür gebt ihr mir eine eurer fähigkeiten das ist wie eine arena wir gucken uns die ganzen bücher noch mal an und sowieso alles zu schätzen und nehmen koste aufgaben dazu jetzt kommen wir hier direkt unsere belohnung abholen ja gut für könig stimmt so ein bisschen ein bisschen hatte das echt ähnlichkeit also jetzt kann ich ja eigentlich auch wieder ganz jetzt nicht erst verstoßen wasser oder wobei wieso ich kann doch auch einfach hinten ist ein boot mit boot rüber hallo wasserweib wieder das haben wir davon das ist doch mal was anderes können wir wieder unser boot lied singen ein boot wir haben wüsste bescheid sachen gefunden ich kaputt man könnte die habe ich ja aber ich will sie nicht kaputt ich würde das boot gerne heile hier vor anker legen lassen richtig richtig ich muss nicht auf seiner klippe war das erinnert mich so ein bisschen an passau bayern also mit dem man hier mit den straßen nicht so nämlich richtig toll diese ganzen seiten gestern ich freue mich in rosenbruch habe liebe rosen wenn du auf prag sein in prag war ich leider noch nie wir müssen unbedingt mal hin frisches unbedingt mal nach prag ich liebe solche straßen dann dazu die wand mal rein die wand hier 43-2-River. Sei gegrüßt, Ritter. Nimm meinen aufrichtigen Dank, Herr, sowie dieser Kompensation für deinen Aufwand. Ich würde mir gerne mal deine Bücher ansehen. Die, die du verkaufst, meine ich. Okay, können wir hier leider nicht verkaufen. Na denn, bis dann. Ziehe hin in Frieden, stolze Ritter. Okay. So. Rinderwahn haben wir dann einmal. Suche mithilfe von Organisation des Turniers. Achso, das ist das. Lässt du jetzt wieder mit im Haus. Ja gut, Schatzsuche haben wir noch jede Menge. Hallo, Nanaki. Schön, dass du einschaust. Du machst es dir bequem. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, heute ist eine tolle Woche. Wenn wir gekostet gewesen sind, haben wir hübsche kleine Gassen gesehen. Kann ich nur empfehlen. Okay. Müssen wir uns mal merken. Ich liebe ja sowas. Also alles, wo dann wirklich so ganz kleine schmale Gassen sind mit Blumen und so. Ich liebe es. Ich habe tatsächlich so ein bisschen Fernweh. Wurde ist ja gar nicht so. Der ist ja sowieso eher der, der gerne zu Hause bleibt. Aber ich habe echt Fernweh. So eine schöne Reise, das wäre es. Mir geht es bestens. Die Woche war leicht nervig. Oh je, okay. Aber solange es dir gut geht. Das ist das ja. Ja, machen wir. Komm, wir machen Schatzsuche. Wie gesagt, wir haben dann nur diese Sache. Also das hier haben wir dann noch und das. Und die Hauptquest möchte ich wirklich ganz, ganz zum Schluss machen. Ich habe Angst, dass die Hauptquest dann so schnell vorbei ist. Also wir machen heute noch Hauptquest. Zumindest diese hier machen wir auf jeden Fall noch. Aber ich will sie hier noch nicht jetzt machen. Wenn das okay ist. Ich glaube, ich würde wirklich erstmal lieber Schatzsuche machen. Ja, den verwunkenen Wagen. Anagi, du bist irre. Vielen lieben Dank für fünf geschenkte Subs. Vielen, vielen Dank. An, Omemo, Steve, der dufte Typ, Blixtrus und Tata. Vielen, vielen lieben Dank. Da freuen sich die Leute. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß mit den Emotes jetzt. Ihr habt ja jetzt, glaube ich, ich glaube, warte, drei Emotes müsstet ihr zur Auswahl haben jetzt. Viel, viel, viel Spaß. Ja, mein Vine-Emote springt durch die Gegend. So, warte, wo müssen wir dann eigentlich hin? Ach, die Kacke nach da, ganz oben. Ah, so. So. Ich glaube, das ist ein Verrscher Mann. ist durch gier und ehrgeiz kompromittiert und schließlich zerstört wurde so ist hier irgendwo da weil dann machen wir schnell reise gesundheit für unhöflich von dem mädchen sagt nicht mal danke unglaubliche jugend von heute hallo war keine jacke es erzählt sie da ja was ist näher handelsposten ja aber wirklich ganz ehrlich was wird dieser was wird den kindern heute überhaupt beigebracht nicht mal mehr danke und verschämt gleich als hexe brandmarken so schwarze roh kann jetzt auch noch mal interessant werden du erträgst mein stream also wir müssen noch mal ein ernstes hörtchen miteinander reden das denn das denn wollt ihr vielleicht sehen ich selber möchte das nicht erleben warum will ich für just dance kein geld ausgeben ich mag just dance nun mal nicht ich halte da nun mal nichts von das denn was ich glaube sehr ertragreich da okay ja das lasse ich gelten ich bin im seele ver warte wie tauch ich so tauch ich versuche ich jetzt überhaupt die da das ist doch nicht das ist doch nicht die bärz da kann ich mal alles irgendwo mal in der nähe sein oder die glänne ich jetzt überhaupt richtig ja so und dahinten müsste dann irgendwo und schnell reise ding sein ich bin doch gar nicht akku ich bin doch gar nicht akku du und wo soll jetzt hier das nicht raten ich bin falsch gegangen ja ich weiß gar nicht glaub wie viel kann man auf stufe 1 haben äh doch fünf emotes gehen glaube ich insgesamt meine ich sind jetzt bei aber einfach austappen ja bei drei aha nein mach das weg schnellreise 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 wir machen erst mal das da plastiker das geheimversteck nexer sinne weiß ich nicht ich habe also ich war ja vorhin mit kaya eigentlich verabredet quasi weil das gott ich habe seit drei nee seit zwölf uhr glaube ich nächstes mal von ihm gehört ich weiß nicht wo das kaya tier ist wie kaya lago versteckt sich mh na na okay du bist irre vielen lieben dank für nochmal fünf verschenkte subs du bist doch ein astromatiker kiels domansson in china clock thomas und redow vielen vielen dank und auf wieder viel spaß mit den emote los in space in der nagel ist echt irre was stimmt mit dir nicht ich bin vollkommen normal das denkst du ich glaube nanaki wenn du normal wärst dann würdest du hier nicht so gut reinpassen in die verrückte stube verrückte katzenkörbchen will einer blumen haben oder käst jetzt also hier müsste man mal aufräumen unglaublich aus genau sie jetzt sind die flessende und von deinem steck wo könnte das ist sein dass kein wein hier liegen also ja bis später und vielen lieben dank dass ihr da war hat mich gefreut wie kommen wir da rein mein hexer sind habe ich bisher noch nichts gefunden ach warte jetzt leider da ist leider da 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 warum darf der den stream verlassen und ich nicht du dürftest auch die frage die frage sie